So ihr Lieben, dann heizt ganz herzlich Marcelli und Lea Willkommen. Herzlich Willkommen ihr beiden. Hallo, ja wir sind total beeindruckt von euch. Und glaube ich toll hier unter euch zu sein. Ich muss auch sagen, wir haben in den letzten Wochen noch nie in so kurzer Zeit so viele Freunde gewonnen. Wir sind einige Wochen rumgereist in viele Städte und zu den Montagsdemos und wir haben immer einen Gruß aus Berlin mitgebracht. Und heute finde ich es ganz toll, dass wir heute so ganz viele von euch hier begrüßen können. Ja, ihr haut nicht wirklich um. Ihr seid Wahnsinn. Also ich mache so lange das in verschiedenen Bündnissen und uralten Strukturen, wo die Leute wirklich Profis sind. Und die meisten hier, das weiß ich, die haben sowas noch nie gemacht, mitgemacht, was ihr hier organisiert und auf die Beine gestellt habt. Was ihr alles auf euch genommen habt, um hier hinzukommen. Das ist unglaublich. Das finde ich total toll. Ihr haut mich echt um. Aber wir sind ja leider nicht ohne Grund hier. Es ist, wir haben Gründe gehabt, auf die Straße zu gehen. Wir haben Gründe gehabt, unsere ganze Freizeit dafür zu verwenden, hier zu sein. Am 3. Juni 2014, ein verheerender Raketenangriff auf Lugansk, wird auf mehreren Videos dokumentiert und im Internet hochgeladen. Ein ukrainisches Kampfflugzeug beschießt ein Regierungsgebäude. Auf einem der Videos sieht man eine Frau mit abgerissenen Beinen, der mein Telefon bittet, um ihre Tochter anzurufen. Augenblicke später ist sie tot. Es ist der Beginn eines Luftkrieges, der ukrainischen Armee gegen die Menschen in der Ostukraine, die der Chef der neuen Regierung in Kiew, Yatsenyuk, als Untermenschen bezeichnet hat. 19. Juni 2014. Hunderte Menschen sterben bei weiteren Luftangriffen in Donbass. Im Internet macht das Bild eines getöteten Mädchens die Runde. Es ist kombiniert mit einem Bild, das das Mädchen einige Tage zuvor zeigt. Auf dem Bild hält es ein Schild in der Hand, auf dem steht in kyrillischen Buchstaben Ich lebe im Donbass. Bitte rettet mich. Luftkrieg in einem modernen Europa. Unfassbarer Terror. Tausende Tote. Zehntausende Schicksale. Hunderttausende Flüchtlinge. 29. Juni 2014. Ostukrainische Kämpfer sollen bei einem Überfall auf einen ukrainischen Militärstützpunkt ein Buch-Raketenabwehrsystem erbeutet haben. Im Internet vermelden sie, der Himmel von Donets beschützten jetzt Buch-Raketen. Ob diese Meldung wahr ist, verliert sich im Dschungel der Meldungen. 12. Juli 2014. Der Befehlshaber der ukrainischen Antiterror-Operation meldet, dass durch Luftschläge in Tschadzinsk nahe Donetsk tausend Separatistinnen getötet wurden. Derweil wehren sich die ostukrainischen Verteidiger und schießen auch auf Flugzeuge. Mit aller Härte ist ein Luftkrieg ausgebrochen. Westukrainische Flugzeuge, die angreifen. Ostukrainische Verteidiger, die Flugzeuge abschießen. Keiner kann sicher sein, dass Raketen nicht auch Verkehrsflugzeuge in 10.000 Kilometern Höhe treffen können. 10 Kilometern. Wir wissen es nicht. Es gibt verschiedene Interpretationen, verschiedene Sachlagen. Vielleicht ist es ein tragisches Versehen, dass Flug MH17 ausgerechnet in jenen unkontrollierbaren Tagen eine Flugroute genommen hat, die weit nördlicher lag als vorgesehen und somit direkt über den brandgefährlichen Donbass führte. Vielleicht ist es auch ein Versehen, dass Abwehrraketen auf dieses Flugzeug abgeschissen wurden. Derzeit ist die Situation vollkommen übersichtlich. Keiner kann sagen, was geschehen ist. Einzelne Ereignisse können nicht mehr isoliert betrachtet werden. Krieg ist immer eine Verkettung unzähliger Ereignisse. Auf dieses schreckliche Unglück, in dem fast 300 unschuldige Menschen starben, 80 Kinder und die Welt den Atem anhält, wie in einer Stille vor dem Sturm. Auf dieses Unglück kann es nur eine Antwort geben. Die Waffen müssen schweigen. Die Waffen müssen schweigen. Weltweit. Sie müssen schweigen in Palästina, in Gaza, im Irak, in Syrien, in Nigeria, Afghanistan, im Donbass. Die Antwort der Politiker? Beschuldigung, Rechtfertigung, Drohungen, weiteres Öl, das ins Feuer gegossen wird. Die Reaktionen der Politikerinnen zeigen vor allem eins. Sie sind nicht mehr in der Lage, die Welt zu stabilisieren. Im Gegenteil, sie bringen sie zum Kentern. Es sind nicht nur Terroristen, die aus dem Nichts gekommen sind. Es sind nicht nur Machthungrige Despoten, die Kriege offenbaren, dass das gesellschaftliche System des zügellosen Kapitalismus und des mörderischen Imperialismus an einem brandgefährlichen Punkt angekommen ist. Es funktioniert nicht mehr. Es ist krank. Und wir müssen es verändern. Doch es gibt Zeichen der Hoffnung. Immer mehr Menschen begreifen es. Immer mehr Menschen sehen die Notwendigkeit eines tiefgreifenden und weltweiten Wandels. Weg vom Imperialismus. Weg vom Kapitalismus. Weg vom Nationalismus. Weg von einem System, auch einem Geldsystem, das den größten Teil der Menschheit immer ärmer und abhängiger macht. Von Eliten, die in Berlin sitzen, in New York, in Moskau, in London, in Brüssel, in Frankfurt. Immer mehr Menschen in den westlichen Ländern gehen auf die Straßen. In Spanien, in Griechenland, in den USA und nun endlich auch in Deutschland. Sie gehen auf die Straße für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit weltweit. Die Antwort der Politik? Wasserwerfer, Polizei, Verleumdung, Ignoranz, der Vorwurf der Naivität. Eure Vorstellungen vom Ende des Kapitalismus sagen, sie sind naiv. Die Welt ist viel komplizierter als ihr denkt, sagen sie. Eure Forderungen sind unrealistisch. Aber Bomben auf unschuldige Menschen sind nicht kompliziert. Sie sind real. Sie explodieren und sie töten. Und wir hier werden es niemals hinnehmen, dass auch nur ein getöteter Mensch als notwendiger Kollateralschaden akzeptiert wird. Zehntausende Menschen gehen dafür auf die Straßen. Sie beginnen zu verstehen, dass die Ursachen für die weltweit immer schlimmer werdenden Krisen hier in unserer westlichen Gesellschaft liegen. Für die Politiker mögen die Krisen unvermeidlich sein. Für uns sind sie es nicht. Und wenn unsere Forderungen nach einem grundlegenden Wandel für sie unrealistisch sind, dann entgegnen wir ihnen, was wir für unrealistisch halten. Eine Regierung in Kiew, die Stabilität und Frieden mit dem Schüren der in vielen Jahrzehnten gewachsenen Feindschaft zwischen den Ethnien im eigenen Land schafft. Das ist unrealistisch. Eine friedliche Lösung des Israel-Palästina-Konfliktes mit Waffengewalt. Unrealistisch. Einfache, im Grunde friedliche Menschen, die durch westliche Angriffe Verwandte und Freunde verlieren und dadurch nicht traumatisiert und letztlich auch radikalisiert werden. Das ist unrealistisch. Terroristinnen, die aus dem Nichts kommen. Unrealistisch. Drohnenangriffe, die Frieden schaffen. Unrealistisch. Waffenexporte, die die Sicherheit erhöhen. Unrealistisch. Ein rücksichtsloses Wirtschaftssystem, das nicht von Menschen an den Hebeln der Macht missbraucht wird. Unrealistisch. Ein von Backen kontrolliertes Geldsystem, das nur den Menschen dient. Unrealistisch. Konzerne, die die sich mit TTIP und TISA öffnenden Tore zu noch mehr Macht nicht rücksichtslos für eigene Interessen missbrauchen. Rüstungskonzerne, die kein Interesse am Krieg haben. Unrealistisch. Rücksichtsloser, raubbauender Natur, der folgenlos für uns bleibt. Kapitalismus, der uns in eine goldene Zukunft führt. Eine deutsche Bevölkerung, die weiter glaubt, dass unsere Politik ehrlich ist und den Menschen dient. Eine Wahrheit, die sich ewig von Lügen und Ignoranz unterdrücken lässt. Und ein letztes noch, dass die Mahnwachen für den Frieden ein baldiges Ende finden. Denn wir beginnen nun endlich, die Hintergründe zu durchschauen. Nennt uns weiter Verschwörungstheoretiker, wir durchschauen euch. Nennt uns weiter Esoteriker, Antisemiten oder Bahnwichtel, wir durchschauen euch. Diese Lügen prallen an uns ab, weil sie durchschaubar sind. Sie führen nur dazu, dass immer mehr Menschen den Vorhang durchschauen, mit dem Leid und Zerstörung verdeckt werden soll. Mit dem uns vorgemacht werden soll, dass es uns gut geht und dass wir nichts ändern müssen. Es geht uns nicht gut, wenn Menschen in Kriegen sterben, an denen unsere Regierung mit Schuld trägt. Es geht uns nicht gut, wenn wir Angst haben vor einem Krieg, der ganz Europa in den Abgrund ziehen kann. Es geht uns nicht gut, wenn wir mit ansehen müssen, wie sich die Spirale der Gewalt immer schneller dreht und wie immer mehr unschuldige Menschen betroffen sind. Es geht uns nicht mehr gut, weil wir Menschen zusammengehören. Weil wir nur zusammen glücklich werden können. Nur mit weltweitem Frieden. Und wenn in der Ukraine ein unschuldiger Mensch stirbt, dann trifft uns das. Und wenn in Gaza ein unschuldiger Mensch stirbt, dann trifft uns das. Und wenn in Tel Aviv ein unschuldiger Mensch stirbt, dann trifft uns das. Wir wollen keinen Krieg mehr. Wir wollen Frieden weltweit. Wir reichen allen Menschen die Hände. Auch denen, die für die derzeitige Situation Verantwortung tragen. Kein Mensch handelt nur aus innerem Antrieb heraus. Jeder einzelne Mensch ist geprägt durch die Umstände, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. Wir bekämpfen keine Menschen, selbst wenn sie Verbrecherinnen sind. Wir wollen das System verändern, das Menschen zu Verbrecherinnen macht. Wir wollen, dass immer weniger Menschen dazu werden, zu verbrechen. Wir glauben, einer der Schlüssel für Veränderung liegt in der Abkehr vom derzeitigen Turbokapitalismus, der Millionen, Milliarden Menschen abhängig macht, der sie bindet und blendet und sie gegeneinander aufbringt. Wir brauchen ein System, das wieder Kooperation belohnt und nicht Wettbewerb. Wir brauchen ein System, das Menschen wieder zusammenkommen lässt und sie nicht voneinander trennt. Wir brauchen Brücken und keine Mauern. Wir brauchen einen Neuanfang. Wir wollen einen Neuanfang. Wir können einen Neuanfang. Und das ist die Botschaft der Mahnmachung an die Menschen. Kommt zu uns. Die vielen tausend Menschen auf über 100 Mahnmachung in ganz Deutschland sind keine Gruppe. Wir sind keine Partei. Wir sind die Menschen. Mit wir meinen wir auch die, die noch unentschlossen sind. Das wir bezieht euch mit ein. Wir brauchen euch. Wir müssen mehr werden, damit es den Verantwortlichen immer schwerer fällt, die Welt weiter an den Abgrund eines neuen Weltkrieges zu führen. Wir sind die Menschen. Wir sind die Menschen. Und wir wollen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Dankeschön. Danke. Was für ein schönes Bild. Tausende von Menschen auf dem Potsdamer Platz gemeinsam zu Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt. Egal, egal, welche Religion, egal, welche Religion, nur gemeinsam als Menschen kann wir was erreichen. Ihr Lieben, kommt hier ran. Sehr schön. Jetzt muss der gesamte Potsdamer Platz für uns gesperrt werden, ihr Lieben. Hier treten wir heute kein Auto mehr. Nichts mehr. Der Potsdamer Platz ist dicht von den Mahnmachung. Und von tausenden anderen Frieden, sagt ihr Westen, so muss das sein. Gemeinsam, vereinflusst alle Menschen auf dieser Welt. Unverhofft kommt oft. Ihr Lieben, ich sag's einmal, das ist nicht böse gemeint. Wenn ihr Lust drauf habt, nehmt die Fahnen runter. Weil es gibt nur eine Nation, das ist die Nation Mensch. Das heißt, wir brauchen Frieden überall. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Jetzt geht's weiter, weil wir haben schon anderthalb Stunden Verspätung. Ist wirklich wie auf dem Clubhafen.